So, einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um wunderschöne Tastatureingaben. Dazu brauchen wir auch wieder eine neue Library. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir so viele benutzen, aber wir könnten natürlich auch alles selber schreiben. Aber ja, das würde einfach zu nicht wirklich was führen, denn im Endeffekt gibt es diese ganzen wunderschönen Bibliotheken schon. Ihr könnt euch dort wirklich was abgucken. Ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, Mehrwert, also ich stecke Mehrwert in diese Videos, wenn ich euch einfach nur die richtigen Libraries sozusagen zeige und euch dann zeige, wie ihr die verwendet. Außer ihr wollt natürlich selber schreiben, dann schaut euch den Code an und das kriegt ihr absolut hin. Und zwar handelt es sich dieses Mal um die Library von Jérôme Etienne, 3x.keyboardstate. 3x.keyboardstate ist genau das, was wir suchen, nämlich eine Library für Keyboard-Eingaben, also Tastatureingaben. Und die könnt ihr euch hier einfach wieder mal besorgen, sozusagen einfach hier draufklicken und dann gehen wir hier mal her und kopieren uns den Namen, weil mit der Name zu lang ist. Gehen hier unter Lib wieder her, erstellen eine neue Datei, nehmen diesen Namen und gehen dann wieder zurück, gehen auf Raw, kopieren uns alles. Und ja, ich weiß, man könnte sich das Ganze auch weiter oder anders runterladen. Aber hier seht ihr übrigens auch, dass das Ding eigentlich gar nicht so komplex ist. Ihr habt hier die Möglichkeit einfach zu sagen, ja, also im Endeffekt wird hier einiges für euch abgenommen und es ist halt einfach Code, den man nicht selber schreiben muss. Aber es ist nicht so unfassbar schwerer Code, dass es jetzt absolut nicht mehr möglich ist. Ich würde euch wirklich empfehlen, hier mal kurz reinzugucken und zu verstehen, was das ganze Ding macht. Das ist eigentlich nicht so komplex. Es arbeitet halt mit JavaScript, ja, JavaScript-Event im Endeffekt. So, das können wir hier wieder schließen. Jetzt müssen wir das natürlich noch einminden. Das machen wir direkt hier am Sagen. Script src ist gleich slash lib slash 3x. Achtung, dieses 3x, also nicht Achtung, aber dieses 3x, das steht im Endeffekt für Game Libraries. Das sind im Endeffekt einige Libraries, die, ja, die für Spiele speziell sind. Und natürlich sind Tastatureingaben eher was, was man für Spiele braucht und nicht unbedingt für Simulationen. Und dementsprechend ist das natürlich auch ziemlich cool. So, ja, Mauseingaben werden natürlich auch für Simulationen verwendet, damit man hin und her schauen kann, damit man sich einfach bewegen kann im Raum. Aber für Spiele braucht man eher das Keyboard. Und hier können wir jetzt einfach hergehen und ich würde jetzt tatsächlich hier vorschlagen, unser Keyboard hier oben zu erstellen. Ups, Keyboard ist gleich new. Achtung, jetzt 3x, das x dürfen wir nicht vergessen, Punkt, deswegen habe ich das auch vorhin extra erwähnt, Punkt, Keyboard, äh, das b auch klein, BoardState, Klammer, Klammer, Semikolon. So, und jetzt haben wir hier quasi unsere Keyboard-Variable. Und was wir mit der machen, ist natürlich hier oben erst mal gar nichts, ja. Aber hier unten in der Update-Funktion müssen wir sozusagen rausfinden, ob ein, naja, irgendwas geupdatet wurde. Also an unserem Keyboard. Und das heißt, wir sagen hier tatsächlich, if, ähm, Keyboard, Punkt, Pressed, Klammer, Klammer. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, welche Tasten verwenden wir? Ich würde mal sagen, wir nehmen A für links. Ähm, dann was machen wir? Naja, wir wollen ja unsere, ähm, unsere Box verwenden. Beziehungsweise nicht verwenden, sondern wenn wir mal hier drauf gehen, äh, wir wollen hier, dass die Box sich bewegt, ja. Ähm, und achtet darauf, so eine Box interessiert sich herzlich wenig, ob die jetzt eigentlich durch den Boden durchragt oder nicht. Die bewegt sich halt einfach, wenn ihr das sagt, ja. Das, das, die interessiert sich nicht, ob da jetzt eine Kollision ist oder nicht. Aber, ähm, ja. Okay, das heißt, wir wollen unsere Box. Jetzt müssen wir uns erst mal unsere Box holen. Das machen wir, indem wir hier sagen, okay, varBox ist gleich scene.getObjectByName, Klammer, Klammer, Semikolon. Hier müssen wir jetzt den, ups, den Namen eintragen. So, jetzt ist die große Preisfrage, wie heißt das Ding? Es heißt Box minus 1 und, ja, das verwenden wir einfach direkt mal. Box minus 1. So, und wenn wir jetzt A drücken, was soll dann damit passieren mit unserer Box? Box.translate. Und zwar sagen wir jetzt einfach mal in x-Richtung. Ich weiß nicht, ob wir x- oder z-Richtung brauchen. A, ähm, oder y-Richtung wird es wahrscheinlich nicht sein. A soll uns nach links bringen. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt minus 1 oder plus 1. Ähm, aber das werden wir dann rausfinden. So, und jetzt nehmen wir einfach den ganzen Code und schreiben den hier ein zweites Mal. Achtung, ich habe hier extra kein else if oder sowas hingepackt. Ähm, damit wir, damit wir beides durchführen können. Wenn wir A und D drücken, dann kann man auch die Box wieder zurücktranslatieren um minus 1. So. Und ja, wenn wir das Ding jetzt hier neu laden, dann können wir unsere Box bewegen. Ui, 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 das geht wirklich sehr schnell. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Aber wir sehen, wir können uns hier bewegen. Ups, das war die falsche Richtung. Und wir können unsere Box bewegen. Ja, lasst uns das aber in dem nächsten Video ein kleines bisschen mehr, ähm, naja, ich sage mal limitieren, okay? Also, das ist schon sehr, sehr schnell. Denn, ähm, ja, wir haben hier aktuell nichts gemacht, was man irgendwie mit der Framerate machen würde. Wenn wir jetzt uns schneller, also wenn unsere Framerate jetzt tatsächlich höher ist, dann können wir uns schneller bewegen. Weil unsere Update-Funktion wird ja jedes Mal, wenn unser Frame aktualisiert wird, also jedes Mal, wenn wir ein neues Bild berechnen, wird unsere Update-Funktion aufgerufen. Und unsere Update-Funktion wird natürlich mit mehr FPS, sprich auf einem stärkeren Rechner, häufiger aufgerufen. Sprich, stärkere Rechner könnten sich aktuell schneller bewegen. Und das ist eher was, was man nicht haben möchte, würde ich mal so behaupten. Ähm, und in dem Fall möchte ich natürlich hier, ähm, dass sich das Ganze bei jedem gleich bewegt. Und deswegen machen wir das abhängig von einer Uhr. So, und dazu wollen wir dann nächstes Mal ein Video machen. Bis dann. Ciao. Ciao.